Das war eine große Bohlenweide und dann sind hier Bohlen an Scheuern. Jeder Scheuer fragt, so rausgedrückt vom Bohlen. Ja, natürlich, natürlich. Und dann haben sie den Agabohlen auch hingefahren. Die brauchen die nicht mehr, die verstehen lassen. Der ist eigentlich so in den Trinkgang, in drei Stunden. Der ist ein Sari, in den Menschen. Ja, der kommt dann mit vom Planberg an oder hat der Bohlen nicht gewählt. Wir haben die Bohlen nicht mehr, dass wir die Mönchnerquarton. Das war schlecht, nicht? Das ist so. Das ist so. Das ist so.